servus schön dass du dabei bist komm ich mache die mal sauber hier du sollst ja auch was sehen können also heute nämlich dich mit auf natur bestes wetter 17 grad hier im harz heute ich zeig dir ein paar trails was erwartet dich heute ich kann nur sagen feinste trails junge bin so voller euphorie und voller freude gerade bin schon ein bisschen was gefahren deswegen weiß ich schon was kommt du aber noch nicht und deswegen bleibt auf jeden fall dran wir sehen uns auf dem trail bis gleich da steht ein mountainbike da steht ein mountainbike und keiner weiß wem dies gehört ja sagt er so ein schönes mountainbike mountainbike und keiner weiß wem dies gehört so So, Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, nicht dein Ernst, wow, mega nice, Hammer, so, du bist noch dabei und das ist auch gut so, und ich sage dir eins, ich liebe es, mit dem Garmin zu fahren, wenn du irgendwo bist und nicht weißt, wo es lang geht und die Trails nicht kennst und die Runde nicht kennst und keine Ahnung, die Umgebung nicht kennst und da auch keinen kennst, ja. So, dann machst du es ganz einfach, da machst du dir das Garmin an und wenn du eine GPX-Datei hast, dann kannst du dich fahren. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier unterwegs und wünsche dir viel Spaß bei dem Video und bleib dran. So, da, hinter war ich gerade, auf der anderen Seite von dem Holzstapel und hab mir gedacht, scheiße, hier ist alles abgeholzt, der Trail ist im Arsch. Dann bin ich außenrum gefahren und komme hierhin und da begrüßt mich ein Trail. Das ist, glaube ich, was richtig, richtig, richtig Geiles, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Hier steht auch ein Eingangsschild. Geil, und das Ding heißt Jack the Ripper, ich gehe kaputt. Okay, Leute, guckt euch die Aussicht an. Könnt ihr das sehen? Jack the Ripper. Jetzt für euch live and direct. Ich fahre ihn jetzt einfach. Have fun. Ich fahre ihn jetzt. Du doubled, du doubled. Alter. Boah, Backe Schätze kennen. Hier muss ich aber ein bisschen aufpassen. Ja, was ist das hier? Alter. Jack the Ripper auf jeden Fall. ich gehe kaputt. Was ist das denn? Boah scheiße. Der ist steil. Der war steil. Aber das schockiert natürlich nicht mehr hin. Kein Speed. Das war das hier. Okay. Der geht hier so durch. Der muss so ein bisschen treten. Oh mein Gott. Okay, hier wäre ich jetzt gestorben. Kann man hier rum? Alter, dann ist ein fetter Drop. Alter Vater. Also hier geht es noch ein bisschen vorsichtiger sein. Weil A weiß ich nicht was kommt. Und B, wenn da schon so Drops drin sind, dann ist der wahrscheinlich hier nicht ohne. Alter. Das ist steil. Das seht ihr nicht. Boah, das war steil. Geht weiter. Boah, Marcelo. Marcelo, ich muss gerade nicht denken. Weil ich glaube hier, das wäre absolut was für dich. Boah. Boah. Okay. Er geht weiter, Leute. Er geht hier weiter. Boah, Marcelo. Aja, ja, 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 ja. Gott sei Dank. Alter Vater. Boah, ey. Ein Singletrail ist da noch breit gegen. Alter, hier ist doch noch drüber. Boah, boah. Oh ja, jetzt bin ich fast zu meinem Lenker gegangen. Boah, oh ja, ja, jetzt bin ich fast zu meinem Lenker gegangen. Boah, oh ja, jetzt bin ich fast zu meinem Lenker gegangen. Boah, oh ja, jetzt bin ich fast zu meinem Lenker gegangen. Boah, super witzig. Aber mega nice, ja. Hier gibt es zwei Routen. Ich fahre jetzt mal hier. Oh, vielen Dank. Sieht ein bisschen geiler aus. Okay, die laufen hier wieder zusammen. So ist es Steine, auf jeden Fall ohne Ende. Auch aus dem Boden rausstehende Spitze Steine. Oh, das war nicht die optimale Line. Was ist das hier? Oh, geil. Ein bisschen was vor, das ist hier. Jetzt geht es hier rein. Ich glaube, das wird ein langes Video. Sorry, aber geht hier weiter? Ich habe gar nicht gesehen. Wie kann ich das denn? Boah. Hier ist hoch. Alter, nicht euer Ernst. Boah, fuck. Alter. Boah, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn, bitte? Boah, Leute, ihr dürft hier links nicht runtergucken. Bitte nicht runtersehen. Boah, wie geil ist das denn, bitte? Oh, Leute, ich habe was gesehen. Ach, du Scheiße. Boah. Alter. Ich kann nicht mehr, nee, da muss ich aber jetzt mal vorher einmal gucken, ja? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ja, aber ich sag mal, das ist fucking massiv. Boah, ich muss hier echt aufpassen. Ich muss nicht zu überpacen hier. Alter, was ist denn hier los? Okay. Tretpassage anscheinend. Junge, Junge, was für ein geiler Trail. Was für ein geiler Trail. Ja, ey, ist ja der Wahnsinn. Ist ja der Wahnsinn. Okay, jetzt Drehpassage. Ich denke mal, dass es hier weitergeht. Bisschen steiler. 46, Junge. Alter, es geht immer noch hier oben auf dem Kamm weiter. Leute, wir müssen den Harz fahren. Das geht bei euch, ey. Wuhu. Wuhu. ja das ist bei 46 ist das ein problem ja jetzt sagt das navi ich erreiche den offload abschnitt, das heißt hier geht jetzt irgendwo rechts die trail ein ja alter das geht noch weiter ist noch gar nicht zu ende. okay ich habe jetzt schon getrunken, dann fahre ich mal einen rest, der geht nämlich noch weiter dieser come trail leute hier auch Junge, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Schade, den hätte ich natürlich schön mitnehmen können. Ich kann nicht mehr, ist das nice. Also was, bin ich sowas geiles, bin ich noch nie gefahren. Leck mich am Arsch. Wie lang war dieses Teil, ey, Hammer. Ich habe mal die Kamera gewechselt. Nicht gewechselt, sondern die Position. Hier beginnt nämlich wieder ein Off-Grid Abschnitt. Was ist das denn hier? Gibt es hier eine Line? Okay. Oh, der ist aber schon breit hier, ey. Wow. Oh, fuck. Den hätte ich ja geschafft, ey. Mann. Oh, wie nice, ey. Oh, Step up, hier. Hier hochpedalieren. Weiterpedalieren. Geht hier weiter. Oh, nice. Oh, Outside Line. Oh, das ist eng. Was ist das? Ach. Ne, komm, also was. Ich muss meinen Flow aber mitnehmen hier. Das ist ein bisschen eng hier, muss ich sagen. Mit dem komischen Baumstamm hier, mit den beiden Bäumen hier. So ein bisschen eng. So, also nochmal von vorne. Boah. 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 Nice one. Leute, die Umgebung hier lässt jedes Mountainbikerherz höher schlagen. Ich fahre die ganze Zeit an einem rauschenden Bach entlang. Allein das ist schon ein Traum. Dann muss ich die ganze Zeit hier über kleine Brücken... Wenn man hier mal hinfahren möchte, hier hält auf jeden Fall auch ein Bus. Da ist der Fisch. Ah, ein Eischandchen. Hey, komm her. Wo bist du? So. Oh, kurzes Zwischenfazit, ja. Fein bist du, fein. So. Ich muss jetzt noch hier hoch kurbeln. Und dann geht es wieder auf dem Off-Grid Abschnitt. Auf dem Trail. Ich freue mich. Die Tour momentan ist super, super gut. Ist einfach sehr, sehr nice hier. Sehr geile Trails. Sehr fordernd. Wurzellig. Anleger drin. Sprünge. Doubles. Alles das. So. Ich werde jetzt hier nochmal meine Trinkflasche auffüllen. Die ist nämlich so gut wie leer. Aber ich kann euch halt nur empfehlen. Hör mal. Fahrt hier hin. und fahrt diese endgeilen Trails. Das ist der absolute Wahnsinn. Wirklich. Der absolute Hammer hier. Ähm. Also. Ich war ja schon in Michelstadt. In Milpenberg. Da generell. Im Odenwald. Und da ist es schon nice. Ja. Aber hier im Harz, Leute. Eieieieiei. Oh shit. Hier im Harz. Hier im Harz. Ist richtig, richtig geil. So. Und jetzt. Mit einer vollen Flasche. Wird aufgesattelt. Und dann geht es weiter. Und zwar ist das der Wassertal. Downhill hier. Ah. Okay. Das ist irre. Alter Vater. Ach. Schade. Da waren. ein Step Up. Shit. Alter. Oh. Wie nice. Shit. Schade. Hätte ich mal fahren sollen. Okay. Den bin ich gefahren. Oh. Nice. Nice. Eieiei. Leute. Oh. Wie geil. Ich gehe kaputt. Ich gehe eins. Was sehen hier? Ist das Hammer, oder? Ist das Hammer? Komm. In die Kommentare, ob das Hammer Trails sind. In die Kommentare. Wow. Oh, wie nice. Guck mal hier, ey. Ein bisschen zugewuchert. Okay. Oh. Alles lose Steine. Hier. Lose Felsen. Mal eben hier ganz kurz einmal. Oh. Mal ganz kurz anhalten. So. Da gibt es jetzt wieder einen Chicken Way. Der geht links. Ah. Okay. Da ist ein Drop. Ah. Ich muss mal einmal gucken. Eieieiei. Da muss aber schon mit Mach 3 ankommen, ey. Boah. Nee. Boah. 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 Ein bisschen Trampeln hier. Boah. alter wie nice man wie geil hammer das ist natürlich ein bisschen doof aber irgendwie läuft hier das wasser den trail runter boh leute wie lange ist der hund noch ich bleib mal am ball auf jeden fall wieder trockener hier ich sag mal so hier ist hier gibt es aber auch keinen festen stein sondern nur lose steine guck mal hier wie nice guck mal hier wie nice leckt mich am arsch wie geil alter hammer 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 ich liebe dich ist nicht nur eine ameisenstraße hier ist ein trail kann man zwar gar nicht sehen und erkennen aber ist so ja ist so ist so ist so wie geil leute ausgeklickt das ist natürlich gefährlich jetzt aber schon die ein oder andere wurzel ok 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 kurze kurze stelle da lacht die sonne da lacht das herz da lacht die sonne das war doch ein traum leute zwei striche noch zwei striche noch was eine mega 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 geile 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 tour auf jeden fall schön dass du dabei warst strecke abgeschlossen ich verbeuge mich für diese wunderschönen touren und abenteuern die wir beide erleben schätze kennen ja ich sag mal wir sehen uns auf dem trail ciao Gänsehaut gänsehaut gänsehaut